Ja, liebe Leute, wir müssen die Gesellschaft mithilfe von Parteien oder einer neuen großen Volkspartei, einer echt demokratischen neuen Volkspartei, wirklich verändern, weil sogar die Menschen, die wirklich unbedingt Gutes tun wollen, nicht geschützt davor sind, der Gemeinschaft Schaden zuzufügen zu können, weil es eben die vorteilbringenden Irrtümer gibt. Bei Dr. Rainer Füllmich und im Corona-Ausschuss bin ich mir ganz sicher, dass da wirklich alle beste Absichten vorliegen. Ich war ja selbst Gast dieses Corona-Ausschusses für die Next Scientist for Future vom Weltrat. Aber das Dilemma sind eben die vorteilbringenden Irrtümer, dass also sozusagen sich evolutionäre Prinzipien durchsetzen, ganz unabhängig von dem Willen von Dr. Füllmich und dem Corona-Ausschuss zum Guten, setzen sich dennoch evolutionäre Gesetzmäßigkeiten durch. Weil der Mensch eben nicht, und Sigmund Freud hat lauter Irrtümer verbreitet, aber in einem vielleicht nicht, als er gesagt hat, dass wir nicht Herr im eigenen Hause sind. Wir sind nicht Herr im eigenen Hause. Das biologische, das evolutionäre Biologische setzt sich in allen Organismen durch. Und in erster Hinsicht sind Organismen, Maschinen, die Ressourcen versuchen zu maximieren. Ich habe es genannt, Eizellen, Spermienzellen als Ressourcen anstreben, sich denen zu nähern. Und Futter und Nahrung und Geld als Symbol für Futter und Nahrung und so weiter. Und Anerkennung und so weiter. Und dieses Maschinenartige setzt sich durch, auch wenn man allerbester Absicht ist. Man hat also im Gehirn das Selbstbild, ich habe gute Absichten. Und dennoch setzt sich das Biologische, das Evolutionsbiologische, das Maschinenartige im Organismus durch. Und es kommt zur Schädigung der Gemeinschaft, ohne dass das jemals jemand gewollt hätte. Ja, das heißt also in unseren heutigen News zu den Parteien und Bhakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen, zeigen wir an einem Beispiel, warum wir ignorieren ja in letzter Zeit so ein bisschen dieses Ganze aus unserer Sicht, diese Zeitvergeudung, die überall geschieht. Die Zeitvergeudung, die daraus besteht, dass sich nicht alles auf die Parteifragen konzentriert, weil wir sind ganz sicher, dass man dieses System und die Missstände dieses Systems durch nichts wird irgendwie beeinflussen können, außer durch eine neue große Volkspartei. Und deswegen ignorieren wir vieles, weil es einfach uns langweilt, weil wir es für Zeitvergeudung halten. Aber wir haben reingeschaut durch Zufall, sozusagen, im Corona-Ausschuss noch mal ganz kurz, und Dr. Rainer Füllmich, und da haben wir Folgendes gefunden. Herr Dr. Füllmich schildert richtig, ja, die Banker zocken die Wähler ab, wegen der Provision. Daraus folgte, dass man dann einen Prozess gegen diese Banker und gegen die Banken macht, als oberste Verantwortliche, und daraus resultiert, dass man dann Geld für die eigene Arbeit als Rechtsanwalt bekommt. So verdient man Geld. Aber das ist eben sozusagen der falsche Weg. Das ist ein vorteilbringender Irrtum. Man kann das Problem nicht lösen, indem man hinter jedem einzelnen schädlichen Ding hinterherläuft, einen Prozess macht, jemanden verurteilen lässt und dann einen Verurteilten hat und selber ein Honorar bekommt als Rechtsanwalt. Das ist keine gesellschaftlich sinnvolle Lösung. Das ist ein vorteilbringender Irrtum für Rechtsanwälte und ein vorteilbringender Irrtum der Rechtsanwaltschaft, den man so erwirbt im Studium. Das sei eine Lösung. In Wirklichkeit ist es keine Lösung. Der richtige, richtige Lösung, und die haben eben nur die nextscientistsforfuture.de. Alles ein Wort. Die Lösung heißt, und bevor ich das sage, wie die Lösung heißt, hier unten rechts an dem rundlichen Ding, bitte schneller drehen, weil ich ja so langsam spreche. Ja, die Lösung heißt, Beute wegnehmen. Diesen Bankern, die die Bürger, die Wähler abzocken wegen Provisionen, den müssen wir doch einfach nur die Beute wegnehmen. Wenn die Verdienstzuschüsse reduziert werden, weil die Wohlfühlstimmen der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner durch diese Abzocker, durch diese Abzocker, nach schlechter geworden sind und durch diese Abzockerpraxis sogar die Gesundheit und die Langlebigkeit stellen sich vor, wo jemand begeht Selbstmord, weil er abgezockt worden ist und seine ganze Alterssicherung zerstört wurde durch diese Banker, durch die Abzockerei der Banker. Dann haben sie also geschädigte Wohlfühlstimmendaten, geschädigte sozusagen bei den Kundendaten haben sie sozusagen, also das geht ja immer darum, jede Bank wird ja verantwortlich gestellt durch die nextscientistforfuture.de-Reformen dafür, das Wohlfühlen der Mitarbeiter, Anwohner und Kunden zu mehren. Wenn sie das nicht schafft, hat sie keine Bedeutung, weil dann ist sie ja nutzlos. Also, und wenn dann die Wohlfühlstimmen schlechter werden, die Gesundheitsdaten schlechter werden und die Langlebigkeitsdaten durch Selbstmorde zum Beispiel schlechter werden, dann werden die Verdienstzuschüsse reduziert und diese Bank droht pleite zu gehen, weil sie durch die fehlenden Verdienstzuschüsse nicht mehr wettbewerbsfähig ist gegenüber denen, die größere Verdienstzuschüsse erhalten. Das heißt, wir nehmen so ja den Banken die Beute für das Abzocken der Wähler weg. Und das ist der einzige richtige Weg. Und dann brauchen wir auch keine Rechtsanwälte mehr, die können dann etwas Nützliches in der Gesellschaft tun. Aber zu den vorteilbringenden Irrtümern der Rechtsanwälte gehört eben auch, dass die Tendenz jeder Sparte sich unentbehrlich zu machen und zu glauben, dass das Prozessieren und Verurteilen lassen und dann Geld verdienen als Rechtsanwalt damit, dass das eine positive Tätigkeit im Rahmen der Gesellschaft sei. Ist es nicht. Diese klugen Rechtsanwälte wie Dr. Füllmich oder Viviane Fischer und so weiter wären viel wichtiger darin, in der Wirtschaft wirklichen Nutzen für die Gesamtbevölkerung zu erzielen, als sich mit etwas zu beschäftigen, was unsere Gesellschaft mit den Next Scientists for Future durch das Wegnehmen der Beute für solche Abzockereipraxis sozusagen grundsätzlich lösen könnte, sodass man dann diesbezüglich weder Richter, Staatsanwälte noch Rechtsanwälte noch Polizei bräuchte für diese Sachen. Also kann man dann diese Sachen alle einsparen, riesige Gelder einsparen und die Rechtsanwälte, Richter, früheren Rechtsanwälte, Richter, Staatsanwälte und Polizisten können lieber etwas Nützliches in der Wirtschaft erarbeiten, wo alle einen Nutzen davon haben. Denn viele vergessen, dass wir mit einem solchen Prozess mit allen Beteiligten ja keinen Nutzen erzielen, sondern Kosten für die WählerInnen erzeugen. Und wie die Next Scientists for Future reduzieren diese Kosten für die WählerInnen, für Sie, liebe WählerInnen, und lösen das Problem grundsätzlich. Und das sieht man jetzt an diesem Beispiel. Ich bin ganz sicher, dass Dr. Füllmich und Viviane Fischer und all die anderen es wirklich gut meinen. Aber selbst eben auch die vorteilbringenden Irrtümer ihre eigenen Sparte gelernt haben und sie glauben und sie deswegen gar nicht erkennen können, dass die Next Scientists for Future ja längst die richtige Lösung haben und dass sie, wenn sie einen wirklichen Gemeinschaftsnutzen für die Bevölkerung, für die WählerInnen erzeugen wollten, dass sie alle ihre öffentliche Präsenz nutzen sollten, ständig als Corona-Ausschuss mit den Next Scientists for Future über die politische Lösung des Ganzen zu sprechen. Stattdessen folgen sie ihrem biologischen, eingebauten Programm. Wie komme ich jetzt schnell an viele Ressourcen? Also heißt es, wenn Banker die Wähler abzocken, dann machen wir schnell einen Prozess und am Ende verdienen wir auch als Rechtsanwälte was dabei. Dann sind wir an die Ressourcen gekommen. Deswegen interessiert uns jetzt erst einmal nicht eine politische Lösung, eine Lösung für alle. Ja, und genau so sind Menschen. Menschen sind Bioroboter, die erst einmal Ressourcen maximieren und erst einmal alles andere ist uninteressant. Und deswegen ist sogar solche Menschen, die es absolut gut meinen, unterliegen dem negativen Einfluss der vorteilbringenden Irrtümer ihrer Sparte und fügen deswegen ihnen, liebe Wählerinnen, ohne böse Absichten diesen Schaden zu, dass sie quasi ablenken davon, dass man das Problem ja mithilfe der Next Scientists ja grundsätzlich lösen könnte. Ja? Das heißt, wir sehen überall das Gleiche vom Phänomen. Jeder Teil der Gesellschaft ist darauf programmiert, eigentlich alle Probleme bestehen zu lassen und anhand dieser Probleme selber Ressourcengewinne zu erzielen, also zu verdienen daran. Anstatt durch die reduzierten Verdienstzuschüsse das Problem, also durch den Entzug der Beute, diese Probleme grundsätzlich zu lösen. Ja? Ja. Und dabei könnten diese klugen Rechtsanwälte überall in der Wirtschaft wirklichen echten Nutzen entfalten, wenn sie nicht gebunden wären in diesen sinnlosen Tätigkeiten, die nur aufgrund der Systemfehler zustande kommen. Ja? Also, ich hoffe, das ist deutlich geworden. Ja, und die Formel muss lauten. Bei Irrtümern müssen wir immer, also sollte man immer erst einmal von vorteilbringenden Irrtümern ausgehen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Talkshow konfrontiert werde mit anderen Expertenreformern, Experten beziehungsweise Reformern, und die haben ein von uns abweichendes Konzept, dann ist es sinnvoll, davon auszugehen, dass es sich hier um einen vorteilbringenden Irrtum irgendeiner Sparte handelt. Entweder ist der Experte selbst Teil der Sparte, für den das ein vorteilbringender Irrtum ist, oder er ist manipuliert worden durch die vorteilbringenden Irrtümer anderer Sparten, die sich ja, einmal kann ich das ja kurz erwähnen, die sich ja in den Köpfen der jeweiligen Opfer, also in unseren Köpfen, umwandeln in parasitäre Meme oder Killerviren des Geistes, oder wir benennen sie einfach um, wenn sie in unseren Köpfen landen, in den Köpfen. Sobald ein vorteilbringender Irrtum im Kopf eines Opfers landet, nennen wir ihn dann ab der Sekunde ja parasitäres Meme oder Killervirus des Geistes, aber das war nur um der Vollständigkeit halber, damit Sie auch den wissenschaftlichen Namen mal gehört haben. Bleiben wir bei den vorteilbringenden Irrtümern, die in den Köpfen derer sein können, die den Vorteil davon haben und aber auch in den Köpfen der Opfer haben können, die dann den Nachteil haben. Also die vorteilbringenden Irrtümer sind für die Sparte, aus der sie stammen, von Vorteil und für die anderen von Nachteil. Also eigentlich nachteilbringende Irrtümer, aber Sie sehen, wie kompliziert die Sache ist. Aber nennen wir sie einfach vorteilbringende Irrtümer und denken wir uns immer dabei, dass sie natürlich die vorteilbringenden Irrtümer anderer in unseren Köpfen meistens für uns nachteilbringende Irrtümer sind. Ja, und wenn also sozusagen ein Experte ein falsches Reformkonzept äußert, dann ist es wahrscheinlich ein vorteilbringender Irrtum. Und dann muss ich mich fragen, für welche Sparte? Für welche Sparte? Meistens ist es für die Sozialsparten. Dann ist es zweitmeistens, ist es für die NGOs ein vorteilbringender Irrtum. Als drittes ist es für die Pharma, Impf- und Test- und Medizinsparten ein vorteilbringender Irrtum. Und dann kommen all die anderen Sparten, an die ich denken muss, kann ja sein, dass es für die Sparte innere Sicherheit ein vorteilbringender Irrtum ist, weil er denen Arbeit verschafft und Karrieremöglichkeiten und so weiter. Ja, und zum Beispiel, letztens habe ich telefoniert mit einem, von einer Partei, einem Parteivorsitzenden, ich glaube, es ist die Lucke-Partei gewesen. Das Lucke war ja einer der Mitbegründer der AfD, wobei die ganzen, ich fürchte, die Leute verstehen nicht die wirkliche Geschichte der AfD. Ich glaube, dass ohne den prominenten Hans-Olaf Henkel, BDI- oder BDA-Chef gewesen, der in den Talkshows, allen Talkshows, ein beliebter Gast war, also mediengängig war, würde es die AfD gar nicht geben. Also Hans-Olaf Henkel war das, was die Medien interessiert hat. Lucke hat die Leute nie interessiert, die Medien nie interessiert, nie wirklich interessiert. Genauso auch die Frau, ja, die Frau, die dann Vorsitzende der AfD war, die hat auch nie jemand interessiert, sieht man ja jetzt, niemand interessiert sich jemals für sie. Und deswegen ist auch diese Partei zum Untergang verurteilt, also diese Alpha-Partei interessiert kein Mensch, weil der Prominente fehlt. Und die hat zurückgerufen bei uns und ja, und solche Leute leben in der Illusion, irgendjemand würde sich für sie interessieren. Natürlich ist das nicht der Fall. Ja, und die haben in Testwahlen irgendwie 20 Prozent irgendwie erreicht, wir hatten 56 Prozent erreicht. Wir müssen uns immer klar sein, dass man froh sein muss, dass man, wenn man bei der ersten Wahl, die ja die Schlüsselwahl ist, dass man sicherlich weniger als 10 Prozent dessen bekommt, was man hatte bei der ersten Wahl, weil man ja nicht bekannt genug ist sozusagen. Und wenn die mit 20 Prozent, dann landen die bei 2 Prozent. Und bei unserem Konzept, mit unseren Reformen, könnten sie vielleicht bei 5 Prozent landen, ja, weil 10 Prozent sind ja höchstens zu erreichen, ja, im ersten Anlauf. Und trotzdem treten solche Parteien auf in dem Größenwahn, also als wäre, hätten sie jetzt die großen Chancen dabei, werden die bei 0,2 Prozent landen oder irgendwas und dann war es das. Gut, und der hat ja natürlich sozusagen, ich habe ja versucht, dessen einfachen oder zu einfachen Neoliberalismus zu korrigieren sozusagen, indem ich deutlich gemacht habe, wie kompliziert eigentlich man das sehen muss, damit man guten Markt und schlechten Markt unterscheidet und wie das ist auch mit den vorteilbringenden Irrtümern und so weiter weiter, wobei ich das, glaube ich, nur angedeutet habe. Na gut, aber in Wirklichkeit ist diese Partei und dieses neoliberale Konzept, was ja auch vertreten wird von so Namen, die ich jetzt gar nicht nenne, weil die eher so zu dem rechten Bereich gehören, ja, in Wirklichkeit ist dieser Neoliberalismus nichts anderes als ein vorteilbringender Irrtum der Tabak- und Alkohol- und Zuckerindustrien. Denn die haben natürlich ein gewisses Interesse, sich nicht umstellen zu müssen in der Gesellschaft. Aber stellen Sie sich vor, es werden Vorteilbringende Irrtümern, also es werden Verdienst, Wohlfühlstimmen eingeführt und Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten und die entscheiden über die Verdienstzuschüsse zukünftig für die Tabak- und Alkohol- und Zuckerindustrien. Deren Verdienstzuschüsse werden sehr gering ausfallen, also sind sie dann von der Pleite bedroht, werden sich umstellen müssen, indem sie auf gesunde Pflanzen sich umstellen, von Tabak auf gesunde Dinge, von Alkohol und Zucker auf gesündere Sachen und werden sicherlich in den Rest der Welt, ins Ausland, in den Weltmarkt, ihre ungesunden Sachen weiter noch exportieren können, bis die anderen Staaten auch sich reformiert haben. Aber in Deutschland, der Absatz wird runtergehen, ein Stück runtergehen, großteils runtergehen, weil eben manche Menschen eben dann auch froh sind, wenn sie mit Hilfe der neuen Hausarztgesundheitskommunen und das Freizeitangebot, dieses umfassende Freizeitangebot dieser Hausarztgesundheitskommunen, man ihnen hilft, vom Alkohol wegzukommen. Da werden viele froh sein darüber. Nicht alle, die dürfen dann weitersaufen. Kein Problem. Freiheit für alle, das gilt auch für uns. Aber in Wirklichkeit ist der Neoliberalismus, der vielleicht dann sozusagen, vielleicht arbeiten die Tabak- und Alkohol- und Zuckerindustrie mit Parteispenden an solche Parteien, sodass die dadurch wenigstens eine winzige Chance haben, eine kleine Chance haben mit viel Parteispenden, weil diese Tabak- und Alkohol- und Zuckerindustrie, also alle schädlichen Industrien erkennen natürlich, dass sie mit Hilfe des Neoliberalismus weiterhin die Narrenfreiheit bekommen, weiterhin die Gesundheit der Bevölkerung schädigen zu dürfen und auf Kosten der Gesundheit der Bevölkerung große Profite machen zu dürfen. Und das ist das eigentliche Wesen des Marktradikalismus oder Neoliberalismus, nämlich Narrenfreiheit für Schädigung der Bevölkerung zu erzielen. Und diese Partei, also dieser Reformer, mit dem ich da telefoniert habe, dieser Experte oder Reformer, war quasi ein, ja, hat letztendlich ja Propaganda für die Narrenfreiheit gemacht. Und, ja, und so muss man das verstehen. Wenn ich also Experten begegne, die solche unsinnigen Konzepte vertreten, muss ich mich immer fragen, welche vorteilbringende Irrtümer haben Sie im Kopf und wessen vorteilbringende Irrtümer? Zum Beispiel hier in diesem Fall die vorteilbringenden Irrtümer der Tabak, Alkohol, Zucker und Rüstungs und alle anderen schädlichen Industrien für die Menschheit. Ja, diese, und da geht es darum, dass dann solche Experten nichts anderes machen, solche Experten und Reformer nichts anderes machen, als Propaganda, Propaganda für, sozusagen, diese Industrien, für diese Sparten der Gesellschaft. Nennen wir sie Sparten. Die Sparte der Genussgifte und der Rüstungsindustrien, ja. Und, ja, und dafür machte dieser Parteivorsitzende dann Propaganda, sozusagen, oder dieser Parteimitarbeiter. Die Demokratie pur Talkshows. Sie erinnern sich, in einer Talkshow haben wir das versucht, anzudeuten, auch wenn das natürlich nicht gelingen konnte. Wir hatten in einer Talkshow die Situation, dass es Extraminuten geben sollte. Das ist der Anfang. Also, die ideale Demokratie pur Talkshow, die kann ich Ihnen mal schildern. Da nehme ich wieder ein Schaubild dazu. Nehmen wir wieder dieses Schaubild dazu. Ach so, oder... Ach nee, nehmen wir doch dieses Schaubild dazu. Mal was anderes. Ja, wir haben hier... Sagen wir mal so, das wären jetzt hier zwei, drei, acht, neun. Ne, das sind sogar neun. Ne, ne, neun... Ja, nehmen wir das als Beispiel. Wir haben neun Talkshow-Gäste. Und zwar, jeder dieser Gäste... Ach so, das sind in Wirklichkeit mehr, aber sagen wir mal, das wären jetzt neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht... Ja, ne... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Ja, nehmen wir doch diese Linie hier. Das seien jetzt mal insgesamt neun Talkshow-Gäste. Egal, ob es jetzt nun genau stimmt. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Sind in Wirklichkeit elf. Zwölf, zwölf wahrscheinlich. Dann nehmen wir doch hier diese zwölf Talkshow-Gäste. Zwölf... Nehmen wir neun, also sagen wir neun. Neun Expertenreformer. Die bekommen anderthalb Minuten zum Beispiel, wo sie ihr Reformkonzept für Deutschland darstellen können. Und dann dürfen die WählerInnen wählen. Ja, die WählerInnen wählen und zwar in der Wagenhoffnung, die Fernsehzuschauer mögen möglichst nah einer repräsentativen Wählerstichprobe kommen. Ja, was bestimmt nicht der Fall ist bei Fernsehsendungen. Ja, wenn sie dann die Fernsehzuschauer durch irgendeine Technik abstimmen lassen, sei es ein Telefonanruf oder irgendwas, irgendeine Technik, eine... Ja, Telefon wäre ja das Allereinfachste. Das hat ja jeder zu Hause, ne? Jeder wahrscheinlich hat Zugang zu einem Telefon. Ja, und wenn sie dann sozusagen... Und dann kriegen von den neunen bleiben sechs übrig, die drei Minuten Redezeit bekommen. Also Extraminuten bekommen. Wir haben das in der Talkshow so gemacht, dass wir nur Extraminuten gemacht haben. Und wir hatten nur das Dilemma, dass die Teilnehmer der Talkshow unendlich weit von einer repräsentativen Wählerstichprobe entfernt waren, sondern dass es sich überwiegend um linksradikale Teilnehmer handelte. Und die natürlich deswegen dann sozusagen nicht unbedingt diese Extraminuten vergeben wollten an die Next Scientists for Future als bodenständige Linke, sondern eher die, die vergeben wollten an die radikalen Linken. Ja, das ist ganz, ganz verständlich. Und es war auch das Falsche, es war ein Missverständnis. Es ging ja nicht darum, es sollte ja nicht darum gehen, von wem man Extraminuten hören möchte, weil man zum Beispiel sein Konzept nicht richtig verstanden hat, sondern wen man wählt und der deswegen dann Extraminuten bekommt, weil man ihn nicht missen möchte. Und hier würde es dann in der Fernsehsendung so laufen, dass also hier dann sozusagen gewählt würde und dann bleiben sechs Leute übrig und die kriegen drei Minuten, vielleicht zusammen mit dem Moderator, der nochmal bestimmte Sachen nachfragen darf, wobei der nicht stören darf. Im Zweifelsfall dürfen die Leute auch den Moderator ausblenden oder so. Und dann wählen die Zuschauer wieder und dann kriegen drei Leute neun Minuten oder so für ihre Reform oder ihren Reformkonzept. Ja, bei den Next Scientist for Future würde das ja bedeuten, Gutes tun gezielt belohnen durch starke positive Anreize, weil vorteilbringende Irrtümer zu negativen Verhalten systematisch führen, ohne dass sich Menschen der Schuld bewusst sind, werden sie gemeinschaftsschädlich tätig, ohne, was ich ja eben an dem Beispiel Dr. Füllmich und Corona-Ausschuss deutlich gemacht hat, ohne Bewusstheit, ohne böse Absicht kommt es trotzdem zur Schädigung der Gesellschaft, weil es eben so ist und weil man deswegen reformieren muss. Ja, so und dann wählen die Wähler wieder und dann werden aus den drei Leuten ein Tagessieger gewählt in dieser täglichen Demokratie-Pur-Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und dann wird nochmal eine Viertelstunde getalkt mit dem Moderator über die Details dieser Reformen. Und dann wird dieses Reformkonzept und dieser Reformer natürlich direkt allen Parteien angeboten, die natürlich durch die neuen Reformen, dann auch durch die neuen Demokratiereformen gierig danach sind, unbedingt neue Experten sofort abzugreifen und für sich zu gewinnen als Berater und als Experten zu gewinnen. Denn sonst besteht ja die Gefahr, dass diese Experten dann beim Bundeswahlleiter und dann natürlich vor repräsentativen Wählerstichproben in den Bürgerhäusern oder online vor repräsentativen Bürgerstichproben bei den sogenannten Vorwahlen-Mini-Volksentscheiden sozusagen sich hochwählen lassen und dann den Kanzler- oder Ministerpräsidenten herausfordern dürfen. Und wenn sie dann diesen Vorwahlen-Mini-Volksentscheid auch noch gewinnen, gibt es Neuwahlen und das nach einem Jahr schon. Jedes Jahr der Deutschlands Sieger. Also Sie sehen es, dass die Demokratie-Pur-Talkshows des öffentlich-rechtlichen Fernsehens sind quasi, da gibt es eine ZDF, eine ARD-Talkshow jeden Tag, ja. Und die wird mehrfach wiederholt an dem Tag dann. Oder ja, eine pro Tag reicht ja. Und die wird vielleicht zu unterschiedlichen Zeiten gesetzt, sodass also auch verschiedene Personengruppen daran teilnehmen können oder als Zuschauer mit abstimmen können, ja. Die ist an einem Tag, ist sie mal da, ja, also zeitlich. Und die kann natürlich immer, kann sich auch dann jeder nachträglich noch anschauen, der sich wirklich dafür interessiert, was es Neues gibt, ne. Und die muss also auch im Internetfernsehen erscheinen, nicht nur auf den Mediatheken, sondern auch auf den Internetsendern erscheinen, ja. Und diese Demokratie-Pur-Talkshow, ja, die ist quasi die Übungsplattform, die eben nicht präzise genug ist, aber die schon mal hilfreich ist, weil man ja hoffen kann, dass manchmal die Zuschauer ungefähr sich einer repräsentativen Wählerstichprobe annähern könnten. Ich muss vielleicht für manche noch erklären, warum die repräsentative Wählerstichprobe so wichtig ist. Stellen Sie sich vor, bei einer Fernsehsendung schauen nur Rechtsradikale zu. Was werden die wohl wählen und wen werden die wohl wählen als Experten, den sie gut finden? Also, diese Wahl wird niemals dem entsprechen, was alle Wähler gemeinsam wählen würden. Deswegen ist es so wichtig, dass möglichst die Zuschauer ungefähr hoffentlich einer repräsentativen Wählerstichprobe entsprechen mögen. Und bei dem Vorwahlensystem, den Vorwahlen-Mini-Volksentscheiden, da sorgen dann die Bundes- und Landeswahlleiter, sorgen da gemeinsam für absolut repräsentative Wählerstichproben und deswegen kann man das als Wahlen verwenden. Weil repräsentative Wählerstichproben, da weichen die Wahlergebnisse nur minimal ab, davon, wenn Sie jetzt eine Großwahl machen mit allen Bürgern, mit allen Wählerinnen in Deutschland. Und deswegen darf man das dann verwenden als Wahl. Das wäre nicht verfassungswidrig, weil es sich ja eben nicht um selektive Stichproben handelt, sondern um repräsentative Wählerstichproben und damit also um aussagekräftige Vorwahlen-Mini-Volksentscheider. Und damit, da findet das Gleiche statt, nur dass man natürlich dann so an einem solchen Abend wahrscheinlich vier Leute hat, die vielleicht zum Beispiel einmal zehn Minuten bekommen, dann nochmal zehn Minuten bekommen, immer reihum in unterschiedlichen Reihenfolgen, damit Fairness gegeben wird, wegen Anfangs- und Endeffekten und so weiter. Vielleicht, jeder kommt dreimal zehn Minuten dran, dann hat man zwei Stunden bei vier Leuten. Und dann wählen die Wählerinnen, die entweder im Bürgerhaus Anwesenden oder Online-Versammelten. Da muss man natürlich gucken, wie man das macht, dass da nicht irgendwas online, irgendwas schief geht. Aber dann kommt es zur geheimen Wahl. Und ja, vielleicht dürfen dann die Wählerinnen hinterher noch schreiben, in einer geheimen Urnen-Einwurf, warum sie so gewählt haben, kommentieren, warum, was hat sie überzeugt an ihrem Favoriten und so weiter. Ja, und dann wird das von den Journalisten ausgewertet und so weiter. Und diese Vorwahl wird von den Bundes- und Landeswahlweitern ausgewertet. Die Kommentare werden von den Journalisten ausgewertet für die weitere Diskussion sozusagen. Interessant, warum haben die Wähler so gewählt. Ja, und dann sozusagen, ja, dann haben die Politiker schon wieder was verkehrt gemacht. Denn sie hätten ja aus den Demokratie-Pur-Talkshows schon die besten Experten abgreifen sollen und als Experten für sich gewinnen sollen. Dann wären die jetzt nicht als Gegner angetreten. Aber durch diese, wenn dann einer den Weg der Vorwahlen-Mini-Volksentscheide gegangen ist und sich dafür dann gemeldet hat beim Bundeswahlleiter, dann hat man quasi schon verloren. Und man kann den natürlich jetzt noch versuchen als Experten zu gewinnen in diesem Stadium noch. Aber wenn der dann zu spät ist, wenn er dann schon den Ministerpräsidenten oder die Kanzlerin, die Ministerpräsidentin herausgefordert hat und diese Wahl gewonnen hat, diese Vorwahl gewonnen hat, dann wird er sich nicht mehr davon abbringen lassen. Dann wird er wahrscheinlich Neuwahlen wollen. Und dann wird er die Neuwahlen gewinnen. Und dann ist dieser Politiker am Ende. Der abgewählte Ministerpräsident oder Kanzler am Ende. Und von daher wird die Politik immer motiviert sein, immer die besten Experten schon aus den Demokratie-Pur-Talkshows herauszupicken. Die Parteien werden also wie die Geier, die sich jede Talkshow, Demokratie-Pur-Talkshow in ARD und ZDF sichten lassen und die sofort die Experten einladen, die da gewonnen haben, um diese dann zu gewinnen als Experten. Und Reformer für die Parteien zu gewinnen. Und ja, das ist vollständige Demokratie. Und wenn Sie sich jetzt mal noch mal vorstellen, was für drastische Folgen, also das wäre dann der eine, der 15 Minuten bekommt. Ja, wenn Sie sich mal vorstellen, was das für drastische Folgen für die Demokratisierung Deutschlands hätte, wenn jetzt noch die Wohlfühlstimme dazukommt, die ja die Politiker sozusagen so nach dem Motto, meine Partei, die CDU regiert, was weiß ich, fünf Bundesländer von 16 oder zehn Bundesländer von 16. Und wenn jetzt in diesen zehn Bundesländern die Wohlfühlstimmen eher bergab gehen würden und den Bundesländern, die die Grünen und die SPD regieren würden, sagen wir mal, ja, würden die Wohlfühlstimmen alle hochgehen, dann würde ja kein Mensch mehr in Deutschland CDU wählen, egal bei welcher Wahl, egal ob Kommunal-, Landtags- oder Bundestagswahl. Da würde kein Mensch mehr CDU wählen. Also würden die Politiker sagen, wir dürfen uns keine Sekunde mehr um Konzerne, unsere Lobbyisten, um Reiche, unsere reichen Freunde, mit denen dürfen wir keine Sekunde mehr zubringen, weil wir dann abgewählt werden. Weil wir dann nicht genügend tun können, um die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten und die Wohlstandsdaten unserer Wählerinnen zu verbessern. Wenn wir da nicht den ganzen Tag uns drum kümmern, sondern uns mit unseren reichen Freunden zusammensetzen, dann werden wir abgewählt und dann war es das. Und zwar innerhalb eines Jahres abgewählt. Also wie gesagt, man ist dann gerade mal ein Jahr im Amt und wird dann abgewählt, weil man nicht genügend getan hat für das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und den Wohlstand unserer Wählerinnen. Und das ist, können Sie sich eine bessere Demokratie vorstellen? Ich nicht. Weil wenn ich irgendwelche Bürgerräte, Bürgerversammlung, da war so eine Sendung wieder drüber und so weiter, mache, dann habe ich lauter inkompetente Leute, die versuchen müssen, topkompetenten Experten zuzuhören, die sie gar nicht verstehen. Und diese inkompetenten Bürgerräte führen am Ende zu wesentlich schlechteren Entscheidungen, als wenn mit der Zeit durch diese Vorwahlen-Mini-Volksentscheide und durch die Wohlfühlstimme nach und nach Top-Politiker nach oben kommen, die sich daraus kennzeichnen, dass sie erstens selber schon gewisse echte Reformkompetenzen haben und zweitens sehr lange bereit sind, echten externen Reformern und Experten zuhören zu können und zu wollen und drittens die Fähigkeit haben, diese externen Experten und Reformer, die Weltbesten sozusagen, auch verstehen zu können und deren Reformen umsetzen zu können. Und manchmal braucht dann dafür ein Politiker vielleicht zehn Jahre Erfahrung, bis er diese Fähigkeiten auch teilweise erworben hat, weil sie teilweise erwerbbar sind. Die Grundintelligenz ist nicht erwerbbar, aber einiges lässt sich auch durch Lernen erwerben. Und diese Vorteile haben sie alle nicht, wenn sie Bürgerräte, Bürgerparlamente, Bürgerversammlungen und all das haben. Da haben sie immer politische Entscheidungen minderer Qualität verglichen damit, dass mit der Zeit Politiker wirklich richtig gute Politiker sich rauskristallisieren können durch das neue Demokratisierungssystem. Und dann haben wir ja auch noch das Instrument alle paar Monate einen Volksentscheid, sodass die Wähler immer und diese sind dann bindend, diese Volksentscheidsergebnisse, dass die Wählerinnen immer auch das korrigieren können. Jetzt wird natürlich dann gesagt, aber das ist ein falsches Argument, dass die Volksentscheide ja nichts bringen würden, weil ja dann interessierte Gruppen Fake News verbreiten könnten, um dann die Volksentscheide in ihrem Sinne zu gestalten. Jetzt derjenige, der sowas behaupten würde, hätte jetzt wiederum die Next Scientists for Future weder gekannt noch verstanden, also ignoriert und denn zum Beispiel diese Bewegung Demokratie oder mehr Demokratie. Natürlich haben wir die informiert, dass es die Next Scientists for Future gibt, aber da die ja alle größenwahnsinnig sind, haben die natürlich, ignorieren die natürlich, die richtig kompetenten Leute alle, das ist ja üblich, dieser Größenwahn. Überall alle denken, sie könnten es ohne die besten Experten der Welt machen, aber so ist die Welt halt. Jeder ist erzogen worden dazu, sich für den Größten zu halten und das müssen wir natürlich auch ändern, dass diese Erziehung sich wieder korrigiert, dass die Leute wieder Rückmeldung bekommen, ja hoppla, tut mir leid, Kind, du gehörst nicht zu den Klugen, aber ist doch nicht schlimm, dann versuch doch von den Klugen zu profitieren und von denen zu lernen. Diese Grundhaltung müssen Eltern wieder den Kindern beibringen. Aber gut, wir haben es mit lauter Größenwahnsinnigen zu tun und diese großen wahnsinnige Mehr-Demokratie-Gruppierung oder Sekretärin, die dafür tätig war oder wer auch immer dann dafür tätig ist, die, wenn die jetzt Next Scientist for Future gekannt hätten, dann wüssten die, aha, da gibt es ja dann gar keine Möglichkeit, mehr. Denn warum sollte eine interessierte Industrie zum Beispiel Fake News verbreiten und dadurch einen Volksentscheid ablenken in die Irre, sozusagen, um das eigenen Profit des Willen? Ja, dann würde aber, wenn dann dieser eigene Profit erzielt würde, dann wäre das ja quasi wieder so, dass die insgesamten Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wohlstandsdaten der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner ja wieder in den Keller gehen würden. Und dann würden die Verdienstzuschüsse für diese Firma wieder reduziert werden. also hätte die Firma sozusagen einerseits die Ausgaben für diese Manipulation und dann auch noch den Verlust der Verdienstzuschüsse, wäre doppelt finanziell geschädigt und würde vollständig pleite gehen. also wird es nie wieder, wenn man die Systeme der Next Scientist for Future einführt, wird es nie wieder einen Beeinflussungsversuch eines Volksentscheides durch gestreute Fake News geben können. Ist nicht möglich. Das ist einfach nicht möglich, weil wir das ausgeschlossen haben und deswegen sollten sofort alle Neuparteien sich dieses Prinzip, was wir gestern geschildert haben, wir hatten das ja geschildert, mindestens drei den Wählern im Prinzip schon einen Volksentscheid vorzubereiten. Also das gestrige, in der gestrigen Sendung habe ich das ja dargestellt, dass wir quasi einen Volksentscheid aus mindestens drei Experten beziehungsweise Reformen und deren Parteiprogramms, Wahlprogramms setzen, die in Talkshows mit den Parteien herausgearbeitet wurden, nehmen sie fünf nebeneinander oder drei nebeneinander. Ist mir egal, drei oder fünf. Aber auf jeden Fall müssen die Next Scientist for Future dabei sein, weil sie sonst einfach nur lauter inkompetente Reformer dabei haben. Also fünf oder drei nebeneinander in Kästchen, in Kreisen, in Textkreisen und da stehen dann jeweils die Wahlprogrammsätze und dann lassen sie ihre Parteibasis darüber konsensieren und dann wird eine von den fünfen oder dreien jeweils markiert, also fett gedruckt als der vorläufige von der Parteibasis, bei der man ja nur hoffen kann, dass es sich um eine repräsentative Wählerstichprobe handeln möge. Man muss aber immer davon ausgehen, dass die Parteibasis nicht einer repräsentativen Wählerstichprobe entsprechen dürfte. Und deswegen muss man das mit Vorsicht behandeln und muss sagen, die letztendliche Entscheidung werden Sie, liebe Wählerinnen haben, in einem Volksentscheid, wo Sie aus den drei bis fünf nebeneinander stehenden Programmsätzen Ihren Favoriten rauswählen können und der wird dann von der Partei umgesetzt und den entsprechenden Reformern, die Sie ja damit dann auch gewählt haben für die Umsetzung dieser Reform. Und dann kann man nur hoffen, dass die Wählerinnen und die Wählerinnen am Ende genügend Intelligenz und Gehirngröße und Klugheit aufweisen können, dass Sie die überlegene Effizienz der Reformen der NextScientists for Future.de vom Weltrat erkennen können. Wenn nicht, dann ist es halt, wir sagen, es gibt nur eine Möglichkeit, warum die NextScientists for Future.de vom Weltrat scheitern und das ist die mangelnde Klugheit und die mangelnde Gehirngröße der Menschheit. Natürlich sind wir auch offen, dass jemand zu uns kommt und sagt, ja hoppla, ihr Konzept ist ja ein vorteilbringender Irrtum der und der Sparte. Könnte sein, hören wir uns dann an, aber können wir nicht erkennen. Also wir haben zum Beispiel bei uns Professoren, Doktoren, die Nahrungsergänzungsmittel verkaufen, aber trotzdem ist die Gesamtmeinung von Weltrat und Next Scientist for Future, dass es sein könnte, dass es sich bei der Befürwortung von Nahrungsergänzungsmitteln um einen vorteilbringenden Irrtum der Nahrungsergänzungsmittel verkaufssparte handeln könnte, der bestimmte Mitglieder des Weltrates angehören. des Weltrates angehören. Sie sehen also, wir sind auf der Hut. Schluck Wasser. Und jetzt könnte es heißen, dass unsere Kritik oder auch die Kritik unserer Medizinprofessoren am jetzigen Gesundheitssystem, dass das darauf beruhen könnte, dass bei uns auch Psychotherapeuten mit dabei sind oder Psychologen, die vielleicht sozusagen ein Konkurrenzinteresse materieller Art gegenüber der Medizin haben könnten und deswegen die Medizin Sparten kritisieren und dass es sich bei dieser Kritik um vorteilbringende Irrtümer der Psychologen und Psychotherapeuten Zunft und Sparte handeln könnte. Haben wir alles bedacht? Denn der Weltrat selber kritisiert die Psychologen und die Psychotherapeuten Sparte auch als aufs schärfste für deren vorteilbringende Irrtümer denn deren Behandlungstechniken sind ein einziger vorteilbringender Irrtum nämlich ein Geldbeschaffungssystem und so weiter also das heißt der Weltrat kritisiert quasi die Psychologen und Psychotherapeuten genauso wie die Ärzte und zwar alle werden nur kritisiert wegen ihrer vorteilbringenden Irrtümer und nicht wegen böser Verschwörungen oder irgendwas das ist ja der Fehleranteil also nochmal unser Tipp lernen sie lieber normaler Mainstream Bürger lernen sie von den Verschwörungstheoretikern aber lernen sie nur einen Blick zu kriegen dafür dass es das Antikooperative dass es das Manipulative das Parasitäre in der Gesellschaft gibt also das das unnütze Leiden an der Gesellschaft gibt öffnen sie sich dadurch davor gehen sie aber bloß nicht mit den Verschwörungstheoretikern so weit dass sie überall wo ist es dass sie überall hier hier ist es dass sie jetzt plötzlich auch anfangen überall kriminelle Lügen zu wittern und damit kriminelle Verschwörungsbanden zu wittern die gibt es nur ganz selten das meiste ist dass es sich um vorteilbringende Irrtümer handelt und damit sind wir wieder bei Dr. Füllmich und im Corona-Ausschuss das heißt dass also Leute die es absolut gut meinen sozusagen sagen dass die trotzdem der Gemeinschaft Schaden zufügen können weil wir eben Bio-Roboter sind und nicht Engel wir sind keine Engel wir sind Bio-Roboter die in erster Linie Ressourcen maximieren und vorteilbringende Irrtümer sind der entscheidende Weg wie man Ressourcen maximiert auf Kosten der Gesellschaft und diesen antikooperativen Anteil müssen wir endlich verstehen und beenden durch positive Anreize durch gezielt gesetzte Verdienstzuschüsse und andere positive Anreize wie Karrierevorteile oder ähnliche Dinge ja jetzt muss ich hier nochmal dieses Kabel woanders hinlegen ja jetzt habe ich es wieder staatliche Gesundheitsreform wir haben das letztens zum Thema gehabt immer wieder kommt ja dieses Thema staatliche Gesundheitsreform das ist ein vorteilbringender Irrtum der Medizinsparten es geht darum ein leistungsloses Einkommen zu erzielen also müssen wir uns nochmal klar machen wenn es eine staatliche Gesundheitsreform kommt dann wird ja wiederum nicht die Leistung der Ärzte gemessen sondern sie bekommen ihr Geld unabhängig davon ob sie überhaupt eine Leistung für die Gesellschaft bringen das ist also quasi ein Beamtenstatus könnte man sagen also ein Staatsgehalt ohne Leistungsmessung die next scientists for future wollen das so reformieren dass sie liebe Wählerinnen die Möglichkeit haben aha in meinem Viertel gibt es die und die Ärzte und die stehen in der zum Beispiel Kölner Rangliste aller Ärzte stehen die an Position 2 10 18 100 500 oder so ja und dann können sie natürlich wählen und zu wem werden sie wohl gehen wollen der in der Gesundheitsförderungswirkung und Krankheitsverhinderungswirkung auf Nummer 2 steht den werden dieses Hausarzt Gesundheits Kommunen Team werden sie doch favorisieren aller Wahrscheinlichkeit nach und deren Freizeitangebot und Freizeitprogramm ja mit Tanzen Singen Musizieren Sport alles kostenlos Fitnessstudio und alles was Gesundheit irgendwie fördern kann werden die Hausärzte Teams an sich ziehen und werden sie integrieren als Partner in ihr System integrieren sozusagen und am Ende wird es keine eigenständigen Sportvereine doch es wird noch Sportvereine geben für Autorennen für Boxen oder alles was krank macht alle krank machen den Sportvereine dafür wird es noch Sportabend geben aber alles was als Gesundheitssport geeignet ist werden die Hausärzte in ihre Regie übernehmen und ja und ja und noch einmal zurück zum Konzept der staatlichen Gesundheitsreform das ist also ein vorteilbringender Irrtum der Medizinsparten weil die wünschen sich natürlich als Biorep Roboter die Ressourcen maximieren wollen wünschen die sich nicht unbedingt dass ihre Leistung gemessen wird und dass das dann also quasi viele Ärzte als Ärzte zukünftig kaum nicht mehr tätig sein können weil das Ergebnis der Leistungsmessung dieser Ranglistenpositionen dann ergeben hat dass sie besser in der Industrie zum wirtschaftlichen Nutzen aller mithelfen sollten weil sie als Arzt nicht gut genug sind in der Gesundheitsförderung ja so und dann jetzt schauen wir uns noch die letzte Seite an ja ja also noch einmal zur Erinnerung also die Vorwahlen Mini Volksentscheide die finden vor repräsentativen Wählerstichproben statt die Demokratie pur freie Argumente Plattform Talkshows der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender die wir jetzt ja schon praktizieren finden natürlich immer vor einer nicht-repräsentativen Stichprobe statt ja und wir müssen uns klar sein das Internetfernsehen ist unendlich weit entfernt von einer repräsentativen Wählerstichprobe im Prinzip ist es so dass äh äh im Internetfernsehen sich unheimlich viel Rechtskriminelle tummeln unheimlich viele Linkskriminelle und das ist unendlich weit also man könnte sagen Sigmund Freud hat an einem Punkt recht an den dunklen Orten der Stadt wo kein Licht hinschaut und das ist nun mal das Internetfernsehen dort tummeln sich die ganzen Kriminellen der Stadt die ganzen Verbrecher der Stadt sozusagen und deswegen darf man auch irgendwelche Rückmeldungen positive wie negative Rückmeldungen die sie die jemand im Internetfernsehen bekommt überhaupt nicht ernst nehmen weil es gibt keine von einer repräsentativen Wählerstichprobe weiter entfernte äh äh Stichprobe sozusagen als das der die Zuschauer im Internetfernsehen ja also nehmen sie wenn sie da Rückmeldungen bekommen nehmen sie weder die positive Rückmeldung ernst noch die negative das Internet ist bedeutungslos in diesem Punkt weil unendlich weit von einer repräsentativen Wählerinnen Stichprobe unendlich weit entfernt ja das war es schon wieder und jetzt zeige ich Ihnen noch den Ausstieg ich befinde mich ja in jeder Sendung immer in einer Talkshow Situation technisch die ich muss jetzt diese Präsentation beenden jetzt würden Sie wieder alle sehen hier sehen Sie meine Hand kurz am rechten Rand da würden Sie dann wieder in den Kacheln alle Zuschauer alle Teilnehmer sehen Sie sehen auch dass wir jetzt einen vergrößerten Rand haben hier das sehen Sie nicht das sehen Sie gar nicht ich sehe das und jetzt muss ich hier im Prinzip nur noch Sie verabschieden ja also melden Sie sich für die nächste Talkshow das ist hier immer eine Übungsplattform für die Demokratie pur Talkshows der Zukunft die freie Argumente Plattformen des öffentlich rechtlichen Fernsehens ja also das war's Tschüssi bis bald oh wieder praktisch eine Stunde Tschüssi